Hallo, hier ist das Info-Karusell mit Henning Zbilski, das ist das Info-Karusell. Und ich bin Henning Zbilski vom Info-Karusell. Ich wollte heute mal einen Rap probieren. Ja, hör mal zu, ich hab dir was zu sagen. Die meisten Leute haben Angst zu fragen, ich bin Henning. Man nennt mich Henning F., das ist Klumpi, mein bester Freund. Und wir gehen in die Straßen, haben super Spaß zusammen. Auch mein Freund, der ist auch rot, ich bin beig, aber nicht tot. Hallo, hallo, ihr da, Leute da draußen. Findet ihr, ich bin ein guter Rapper oder wie Klaus da. Sag mal an, was Sache ist, dann komm ich zu euch in die Stadt. Und dann machen wir mit Klumpi. Und das war's auch schon wieder mit dem Info-Karusell von Henning Zbilski. Das ist das Info-Karusell und ich bin Henning Zbilski. Tschüss. Es geht noch weiter, ich hab noch was zu sagen. Manche Frauen, die lieben Sachen, die ich anhab. Zum Beispiel diese Jeans und mein Hemd, das ist aus Queens. Ich bin ziemlich krasser Stecher, hab fast schon mal eine geknallt. Aber nicht ganz, mir fehlte Geld. Dann bin ich nach Hause gegangen, hab ne Wurst gegessen. Die Furst war gut, es war auch sehr lecker. Der Käse war teurer, ich ging ins Bett. Ja, dann hab ich geträumt, dass ich sie gefickt hab. Dann bin ich aufgewacht, da war aber nix da. Dann bin ich aufgewacht.